Hallo Leute, willkommen zur neuen Adventure Map, Wizard & Ghost heißt sie. Das ist jetzt die vierte Map von dieser riesigen Storyline. Und ich denke, dass diese Map wieder stark auf die Story eingeht. Die letzte war ja nur so nebenbei, so hat jetzt nicht so viel mit der Story dazu beigetragen. Also, wenn ihr hier die Story verstehen wollt, unbedingt das Video zu Luthor Rush und Rewind Time anzuschauen. Das wird auf jeden Fall sehr viel Story angehen. Ich habe bis jetzt nur gesehen, dass man irgendwie magische Kräfte hat und dann gegen irgendwelche Geister kämpft. Scheint so eine Map sein, wo man gegen sehr viele Raids kämpfen kann. Und wir hatten in der ersten Map bei Luthor Rush ja diese, wo wir gesagt haben, das soll ein Bohrer oder ein Hammer sein. Ja. Ich glaube, dass das Zauberstäbe waren und die kommen jetzt in dieser Map vor. Das könnte auch sein, ja. Das habe ich zumindest auf der Webseite gesehen. Solar Tech Lab. Solar Tech Lab, beste Firma. Ja. Gleiche, wir brauchen deine Hilfe. Our buildings are haunted by Ghosts. Okay, sie wurden von Geistern überrannt. You will have to use your Witchpower to kill the Ghosts. Ja, okay, aber ich habe keine Witchpower. Und was jetzt? Wait, aren't Ghosts already dead? Anyway, don't let them get close to your cauldron. The cauldron is the source of your power. Okay, wir dürfen sie halt, also Tower Defense. If you're too far from it, you won't regain mana. Good luck. Okay, danke. Hast du einen anderen Zauberstab als ich? Ich habe Water. Ich habe auch Water. Oh, jung, die Musik. Da. Äh, 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 äh. Ganz kurz. Okay. Ganz kurz, das ist es sonst vielleicht besser machen. Aber man hat mana oben auf jeden Fall. Junge, es gibt nicht mal Tutorial, man hat einfach ins Geschehen reingeworfen. Was ist das? Ist das mana? Es steht noch mana. Okay, wir haben immer für jeden neuen Raum einen neuen Kreuz. Und die war das Art Money. Wir können hier was kaufen, aber wussten wir, wie viel wir haben. Okay, Water and Earth ist gleich live. Water and Wind ist gleich Eis. Und Water and Fire ist smoke. Ah, wir können hier Magie kombinieren. Hm, okay. Ich denke, ich habe nicht genug Zauberstab. Ich würde halt ganz, ganz sehen, wo ich meine Zauberstab. Das wird sich dann gezeigt, oder? Nö. Okay, dann machen wir einfach mal weiter. Ich denke, die ersten Räume sollten auf jeden Fall einfach sein. Und ich weiß nicht, ob es bedacht ist, dass wir hier zu zweit spielen. Vielleicht haben wir auch, vielleicht dass wir zu zweit sind, das absolute Easy Game. Ach, das wird mir hier angezeigt. Ich habe 18 Zauberstab. Ja, jetzt so. Aber wurde es davon nicht in den Griff, oder? Ne, mir aber nicht. Okay. Oh. Okay, woher kommt ihr jetzt? Das wird uns jetzt eigentlich was holen. Stürbt an meinen Mana. Junge, die räumen sind aber klein. Was ist das? Das sieht eher nach Heilung aus. Ja, für den Chor, denke ich mal. Ich habe mir mal die... Ich habe mir das ja mal getrankt. Trank der Heilung. Das gibt mir 100 Mana dazu. Ah. So, warte mal. Wir dürfen die aber nicht komplett voll machen, oder? Ne. Du musst einfach nochmal draufklicken, dann. Ah, okay. Junge, ist geil, dass man es kombinieren kann, so. Okay, ja. Geh rüber. Dodo, ich will das jetzt. Dodo! Hast du Glück, ich habe dir geholfen, Mann. Ja, ja, ja. Dann hätte ich niemals geschafft. Ist das das Spawn? Da ist Dark. Ich komme mir nicht auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen. Weil... Ah, nicht. Kein Mana. Hallo? Nice. Ah, okay. Hier haben wir zum ersten Mal mehrere Waves. Ich weiß nicht, ist Dark stärker? Äh, die haben mehr Leben. Oh Gott. Nice, nice, nice. So, hier mache ich wieder einen schon Dark. Ah, ich muss stehen bleiben, dass ich mein Mana auch ausfülle. Verstehe, verstehe. Ah, jetzt verstehe ich so ein kleines System ein bisschen. Glaub ich. Man muss immer erst mal ein bisschen wegrennen, um ein bisschen Abstand zu halten. Und kann dann seine Sachen einsetzen. Oh, Juni, unser Kostan hat nur noch ein Leben gehabt. Haben wir verloren? Ne, ist ein Boss. Ghost Prince. Hä? Das bin ich ich, das bin ich ich. Äh... Okay, ich muss erst was stehen bleiben, ansonsten kann ich keinen Mana einsetzen. Ach du Scheiße. Ne, der ist mit dir. Äh... Ich glaube, ich bin gestorben. Ja, ich bin gestorben. Da bin ich ja auch schon, Mann. Ist das eine Blitze? Ja, was für eine Blitze. Okay, du hast es einen Drone. Nice, nice. Also, okay, wenn einer stirbt, hat der andere noch so eine Chance. Äh... Wind. Ist neu. Er hat sich schweben. Echt? So, du da hoch gehst. Ja, der, der gerade hatte. Wo er uns die ganze Zeit hochgefogen hat. Äh... Ich will mal mein Leben. Ich will mal mein Leben. Chestplate. Ah, hab ich die von zwei geholt? Oder hast du die auch eine geholt? Ne. Ich glaube, wir haben die beide. Okay, mal kurz, was passiert, wenn ich kombiniere? Was ist das? Ich weiß es nicht. Ah, es war Rauch, glaube ich. Wind und Wasser. Granada. Ne, Blitz. Das war dieses Blitz. Okay. Je nachdem, welche Reihenfolge du machst. Wenn du Wind-Wasser-Mass kommt Blitz. Ja, Wind. Wenn du Wasser-Wind-Mass kommt Eis. So. All safe kann man doch... Ja, Eis einfach machen. Wenn man es kombiniert. Was kombinierst? Äh, Wasser zuerst und dann Wind. Dann machst du Eis. Äh, 0, 3, 2, 1, 0. Die Call uns wieder. Äh, 0, 1, 2, 3, 2, 1. Ja. Okay, nächste Welle. Erstmal aufladen, würde ich sagen. Ich mach hier mal Blitz. Ja, Blitz. Ja, ist ja gut. Es hieß doch auch mal das Eis irgendwie. Ja, hier ist ein... Äh... Ich muss aufladen. Sag Eis. Ne, du sollst dich bewegen. Oh, ja, was ist ein Typ. Okay, warte. Ich will den hier mit Eis töten. Ne, Eis macht irgendwie dem nicht so viel aus. Oh, doch, doch, er hat ihn ausgemacht. Er hat ihn ausgemacht. Er ist instant gestorben. Ah. Ne, ich hab richtig Probleme in dem Game. Ey, irgendwie... Wie... Hast du Probleme? Irgendwie hab ich immer Probleme, dass ich mein Mann nicht aufgeladen bekomme. Oh, du musst stehen bleiben. Naja, na. Boah. Äh... Ah, der wird jetzt... Okay, zweite... Okay. Das... Das Schild hier ist nur, wenn wir den Raum geschafft haben. Äh... Okay, hier hoch wollte ich eigentlich nicht. Egal. Oh Gott. Höh? Wie setze ich den Heilungsdrank an? Also, ich muss ihn trinken. Oh, ich lebe noch. Okay. Junge, machen die Damage. Ich hab halbes Herz. Stürb an meinem Wasser. Neuer Shop. Hull ich mir jetzt mal die Mana-Potion. Mana-Storage. Ja. Wie viel hast du? Ich hab 150 jetzt. Nice. Bin ich auch. Weißt du schon, was wir machen müssen? Einfach hier hoch. Aber ich find's gut, dass man so neben den... Junge, du rastet einfach raus. Ey, ich find's gut, dass man neben diesen Dingern halt einfach... ...noch so kleine Rätsel hat mit den Zaubern. Ich bin noch nicht mehr dort. Ich bin noch nicht mehr dort. Äh, ich bin durch dein Gifft gelaufen. Äh... Du musst machen. Äh. Schön mit Wasser jetzt. Junge, ist aber neuer, der Grau-Rotter. Ja, okay, ist jetzt alles nur noch nahe Kämpfer. Die kann ich so auf jeden Fall. Oh Gott. Äh... Stirb's. Nein. Game over. Was? Absolut, kein Zimmel, unsere Mana-Zahlen. Bin ich dämlich? Wir können uns doch auch heilen. Wenn ich Mana hätte. Scheiße. Hehe. Das sollten wir vielleicht mal öfters nutzen. Okay, was war das? War es zuerst Erde? Ne, es war Wasser. Erde. Genau, das war heilen. Ich mach den auch noch sogar Schaden. Junge, einfach das machen. Dann ist das auch gar kein Problem. So, das ist das hier. Und du willst einfach öfters heilen, dann ist es einfacher. Ich friss da nicht. Nice. Oh, noch ne Wave. Okay, schnell, Mana auftraten. Okay. Dann hier. Oh Gott. Äh, zack. Gut zu heilen. Nice, nice. Ausfall. Okay. Egal, das macht trotzdem gut Damage, der Rauch. Ich glaube, wenn wir uns dann wirklich absprechen, dass nicht jeder die ganze Zeit Mana nutzt, dann können wir auch diese Specials nutzen, die auf jeden Fall stärker sind. Und dann können wir das auch in Zukunft, glaube ich, organisiert halt machen. Wir müssen uns wirklich organisieren. Okay, tust du als erstes Mana verwenden? Dann tue ich einfach, versuche mich in der Ecke zu stellen, für dich Mana aufzuladen. So gut. Oh Gott. Wie wir schießen die. Oder was, was hat die so effektiv gegen die sind und nicht Eis? Ich muss mich ganz so zählen. Wo ist so ein Tier? Er hält einfach durch. Es ist gut, dass dieses Healing-Ding macht denen halt auch Schaden. Und du musst im Healing-Ding auch nicht mal drinstehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, okay. Man stirbt nicht instant, wenn der Colt man tot ist. Man kriegt einfach nur kein Mana, oder wie? Na, so wie es aussieht, ja. Aber das Mana fühlt sich auf, aber das ist halt nicht viel. Ah, okay. Nice, Stag-Dodo. Ich sollte mir den Feuerstab auf jeden Fall auch bekommen. Nee, nicht? Wie next wave schon. Dann kriegen wir hier ein Feuerding aus. Okay. So. Der ist heute jetzt? Nein, okay, die sterben doch nicht ins... Oh Gott. Ja, Dodo, Ball einfach durch. Ball einfach ist durch. Oh, ich kann nicht raus. Aber es war ein guter TP, weil du wärst aus der Ecke gewesen. Ja, das Bruder-Ding ist für Schaden wirklich das Beste. Also es lohnt sich hier die Kombination zu wählen, statt Wasser zu spammen. Stab. Ja, also hier haben wir uns gut geschlagen. Ich glaube, wir müssen öfters kombinieren auch. Oh, wieder Boss. King-Ghost. Okay. You're right. Äh. Okay. Alle Drüder-Glätter schießen. Das war versuchen, in denen dieses Päusen-Ding reinzusetzen. Das war Erde und dann Wasser. Junge, oha. Der macht 14 Schaden zum Bruder, wenn er dich direkt trifft. Ja, guck mal, wie das Bruder-Ding macht. Das hat sich so viel Schaden gemacht. Aber er rennt halt raus. Er ist nicht dumm. Ah, Dodo ist Krüger. Geschafft. Nice one. Ah, Junge, wir haben über 200 Souls. Wir haben so viel gefahren, weil wir einfach so verkackt haben, glaube ich. Feuerwind. Okay. Sollen wir das neue Ding einsetzen? Yes. Das muss noch ein bisschen kombinieren, oder? Ah. Feuer und Wasser. Rauch irgendwie. Dann zuerst Wind und dann Feuer. Ja, schon wieder das Gleiche zu sagen. Junge. Mach mal Erde und Feuer. Erde und Feuer. Ah, ist so eine Strecke Feuervariant, oder wie? Was war noch mal hier und da für Eis, genau. Okay, auf der Seite ist es erst... Ach, wenn du die Seite, dann mache ich die hier. Okay. Ja. Nice. Äh, nächster Kampf? Nee. Wie ein neues Rätsel. Ich mach hinten. Gut. Nice. Mal kurz ausfallen. Ja, okay, ich hab nur 14, also. Ich hörts ja... Ah, ich kann mich doch heilen. Nee, scheiße, das war's. Okay, es wird nichts. Ich hab erst mal einfach schön Mana gewastet. Oh, Junge machen die Damage. Aber das Erde-Feuer macht übel viel. Okay. Okay, mehr als der Guter, oder offen zum gleichen Level? Ich glaub mehr als der Guter. Okay. Äh, also. Ne, wir gehen. Die hier tue ich aber trotzdem noch ganz normal Wasser einsetzen. Das ist so effektiv. Bringt nix. Also, das bringt wirklich mehr. Echt? Oh ja, ich seh's. Ist ja instant kill. Okay, ist mich auch noch so tun jetzt? Äh, die Feuerdinger haben eine neue Version. Oh ja, Junge macht das... Hä? Das ist Massenzerstörung. Verwerst, Dodo, das ist verwerst. Äh, halbes? Nein! Junge, ich stand voll in der Regeneration. Ja, okay, ist noch einer. Kein Problem. Ich hab den gar nicht gesehen. Okay, wieder ein kleines Rätsel. Ja, das hat mir hinbekommen. Junge, Dodo spamt einfach. Mutig, Mutig. Mutig, Mutig. Junge, als ob man so spam kann, hä? Oh, Junge. Äh, nein, nein, nein. Junge, ich hab mir was runtergefallen. Okay, mach ich noch mal einen Shop? Äh, das sieht nach Finale aus. Story? Stimmt, wir hatten noch gar keine Story hier. Ist es nicht der Typ? Ghost Master. Äh, es war doch der eine Typ. Junge, die Musik. Hä? Boss. Oder? Ich tu einfach OP ansetzen. Nein, er bewegt sich. Weil ich versuche, ihn mal zu freezen. Wann bewegt er sich nicht? Ich glaube, er ist geküßt. Vielleicht bin ich mir nicht sicher. Oh, ich hab mir einfach sein gesetzt. Ne, es war Heilung. Nein, das tu ich. Zack. Yes. Oh, Junge, er ist im Doppelding drin. Oh, diese Musik. Ja, ja, nice, nice. Oh, Junge, er macht richtig... Junge, es ist zu wild. Oh, Junge, mit dem neuen Zauber gar kein Problem. Ich glaube, hätten wir den neuen Zauber nicht... ... hätten wir... ... oder vollgekämpft, wären wir extrem gescheitert. Aber mit dem neuen Zauber... Junge, da stirbt er jetzt einfach. Wow, er hat noch so wenig gegeben. Okay. The Ghost Master. The Ghost Master? Thanks to you. We can now continue our work. Anyway, it's getting late. You should go home. Okay. Nice. Das war's. Hä, wir haben so viele Souls bekommen, die konnten wir am Ende jetzt gar nicht einsetzen. Okay, ich hab kurz nachgeschaut, wer dieser Typ jetzt genau war. Der Ghost Master oder so. Es war der Typ, der im Koma lag, den wir gefunden hatten. Und da wurde auch schon gesagt, dass er mit den Artefakten zusammenhängt. Also mit diesen Stäben. So ist er dann wahrscheinlich aus dem Koma aufgewacht. Hat dann diese... Ich hab alles übernommen mit seinen Geistern. Und jetzt haben wir ihn halt besiegt, so. Die Rätsel zwischen diesen einzelnen Raid-Kämpfen waren auch sehr abfrischend und so. Ja, auf jeden Fall gehört schon zu den geilsten Map, die wir von den Entwicklern jetzt hier gespielt haben. Schauen wir einfach mal, wie die Story hier weitergeht.